Hä? Was ist deine Geschichte? Hatte etwas mit deinen Eltern auch passiert? Es ist okay, wenn du nicht darüber sprechen willst. Es muss sehr schmerzhaft sein. Ja. Es ist sehr schlimm. Das ist das Haus von Mysterion. Er hat einen Schraub zum Norden der Stadt. Oh cool. Arschfickerverräter, der wurde jeden Moment in den Arschfickt. Ah ok, kann ich da rüber, zack. Alles meins, alles meins. Nein, nicht durch hier. Seid mir. Jaaaa! Warte, warte, warte. Nee, passt schon. Die Lampen ist bloß leichtgelb. Weil du nicht die fucking Meth, die ich bekomme. Du hast die Meth und es ist alles fucking Wettbewerb. Gib mir die fucking Pipe, Carol. Fuck you, ich schmuck ihn. Du nicht schmuckst du, ich schmuck ihn. Fuck you, ich schmuck ihn. Das ist was du gesagt hast, fucking... Was gibt's hier? Anzugrezept, Sternenkind. Geht's da durch? Nee. Oh, ja, oi. Klump. Flürrische Lücke. Flürrische Lücke. War klar, dass ein Kennseizum ist mit den Nacktbildern. Oder mit den... Dingen. Noch irgendwas? Oh. Was war hier so? Oh, cool. Okay. Hä? Muss der denn jetzt jedes Mal so ein Kompressor mitschleppen? Ah, da waren wir noch nie. Na ja, gleich drauf ey. Gar nicht lang rum. Als ob wir uns Penner aufhalten könnten. Oh scheiße, da sind ja auch noch welche. Was macht jetzt das? Den da. Der da trifft den. Der ist noch... Okay. Ja, machen wir so. Cool. Jetzt kommt der von der anderen Seite. Flaschenschwingepenner. Nächster Weg. Too easy. Too easy. Too easy. Ah, nicht schlecht. Zieht überzeugend nicht ab. Der brennt jetzt eh weg. Der hat ein Problem mit dem ganzen Zeug, oder? Äh, nein. Der ist da hinten. Triff ich den so? Achso, ne. Jetzt macht das bloß Sinn. Hm. Okay. Zu gebänden. Achso, der macht das Sinn. Okay. Ja, dann machen wir es halt nochmal so. Todesschrauber, ja. Hau rein. Zack, zack, zack. Ich hab mich schon wieder angezündet. Passiert ja nur öfter. Voll weggebrannt. Verstand Siphon. Okay. 20 Artefakte. 5 fehlen uns noch. Ah, es gibt sie. Unterholen. Rennstreifen. Uh. Das war jetzt Zufall. Okay. Okay. Jee, was ist denn das? Äh, da pissen die dagegen, oder? Äh. Da hätten wir auch so. Hier. Coon friends assemble. Well, well. The buttfucking traitor actually showed up. Hey, whoa, whoa. Nuh-uh. I said I'd help the new kid, not you, losers. Yeah, well, the new kid is a coon friend, and coon friends work together, douche. Come on, we need to get inside this fence. Yeah, tool shed. That's what the new kid wants. Fine. As long as there's a power generator nearby, I can use my dad's sandblaster to clear almost any obstacle. Wow, that is key. Fantastic. Hehehe. Let's get one thing straight, Shed. I don't trust you. You make one move out of line, and I'll shred you. I'm only here for the new kid, fat ass. After tonight, we're sworn enemies again. Alright. Classy said the cats all go to one of these storage facilities. Everyone fan out. Here kitty. Here kitty kitty kitty. Hehehe. Kitty kitty kitty. Kitty 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 kitty. Kitty kitty kitty. Oho. Hey kitty kitty kitty. Hehehehe. Hello Coon, friends. Coon and friends. Come into my parlor. I bought more tinfoil and more minions than you can eat. Was denn ist das? Viele sind mega Meerschweinchen. Was rollst du da überall rum? Jetzt greifen sie an also dann... Ah das ist ja einfach weg. Sind das jetzt eigentlich Gegner? Hör auf um ihn wegzurollen! Okay passiert gar nichts. Das ist ja so geil! Jetzt haben wir hier, da oben ist der Schlüssel. Tasche ausräumen. Championanzug! Oh Mann! Ah da kann ich hier durch. Toll da steht er keep out. Das hat mich jetzt sogar fast geschreckt. Wie komm ich da durch? Ah Captain Diabetes. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Na, wir sind jetzt vorbei Das will ich noch nicht aufnehmen, ich würde schauen was hier ist Na gut, dann nehmen wir es halt doch auf Ah, jetzt kommen wir euch die Minions Ach, deswegen konnte der auch dieses Facebook Imperium gründen Unser Master bittet uns um Chaos zu spüren Was machen wir jetzt? Zeitsprung? Eigentlich pausieren Mal schauen ob wir den erst gleich weghauen können Ah Ah, hätten wir doch in der ersten Schau Two Shade Zack Jetzt können wir da So Ich könnte aber auch den Hund einfach gleich weghauen Sehr schön Was ist der? Schmeißt der Lava? Du bist weck, Kite Aber ich liebe deine Farbe Du musst besser machen als das, um durch meine Minion-Horze, Coon-Frienden Oh Scheiss Chaos-Lokal Bam 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 rotate Da ist bloß noch ein Minion, Junge Verrückter bongo Ok, das war easy. Wamos ali mexikanische. Geos niños, agachense. This is what happens when you hire second rate minions. This little gringo is very bad. Their chaos powers prevent me from understanding their speech. Too much sangre. Why would you stand with such weaklings tools, Ed? Yeah, why Stan? Trifft er nur einen, der wäre gleich hin? Wer denn das? Das wäre der da, ne? Aaaaah, Gesichtsvernichtung mit Bohren. Aber das lieber so. Zack. Ach ne, das war der da unten. Mach mal den kalt. Mach mal den kalt, der ist als nächstes dran. Zack. Super. Ultimate Attack. Bam. Bam. Oh, jetzt kommt der. Ist der dann tot? Ne, aber das ist dann auch der nächste, ne? Ich glaube ich zieh mir lieber in den Encherido rein. Oh, kiste die hier. Ich bin scheiß gesund. Da treffe ich bloß den. Da treffe ich gar keinen. Da treffe ich den so. Äh, jetzt wenn ich da weggehen, dann könnte er da hingehen, ne? Ne, dann lassen wir es lieber so in einer Reihe, dann kommen die nicht rum. Zack, zack, zack. Und der zweite Mexikaner weg. Und überspringen. Mist, der überlebt ja. Zack. Oh, der ist hier. Sehr gut. Zack, zack, zack. Ah, da ist der hier. Sehr gut. Und jetzt alle auf einen. Zack, zack, zack. Ja. Du hast nicht gesehen, Professor Chaos. In Wahrheit, das ist nur das Anfang von meinem Plan, um die Galaxie zu zerstören. Ja. Ja. Und Rang sieben. Ja. Ja. Und Rang sieben. Ja. 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 Und Rang sieben.